Hey Leute, willkommen zu einem weiteren Video, heute zu einer Review wieder mal. Und zwar zu einem weiteren Holi-Produkt. Wir haben ja schon mal den Holi-Eistee getestet, zwei verschiedene Sorten. Ich habe ewig den Hai getrunken von Holi, ich glaube es war Erdbeere-Mandarine. Und jetzt haben wir hier den Panther. Der Panther ist Fürsich. Ich würde aber sagen, schmeckt tatsächlich nicht nach Fürsich-Eistee, das hatte ich erst erwartet. Aber ich hatte ein paar Probepakete von verschiedenen Sachen probiert und mir hat der tatsächlich am meisten zugesagt. Ich hätte einen vielleicht kleinen Kritikpunkt tatsächlich, aber ansonsten bin ich durchaus zufrieden. Der kleine Kritikpunkt wäre, ich weiß nicht, ob ihr das hier seht, das hier ist der Shaker von dem Hai. Der ist durchsichtig. Jetzt gerade sieht man es nicht so gut, aber auch wenn ich den mehrfach wasche, hat er sich durch das Pulver leicht gelblich gefärbt oder so einen Orangeton. Deswegen, ich weiß nicht, ob da Färbungsmittel drin ist oder ob die Farbe einfach so durch die Zutaten kommt. Ich tippe eher auf Färbungsmittel für die schöne Farbe vom Getränk. Aber sie färbt halt ein bisschen ab und ist schwierig, wieder abzuwaschen. Das wäre ein Nachteil. Ein Vorteil hingegen, würde ich sagen, ist natürlich, dass es mir schmeckt. Es ist ein süßlicher Geschmack, nicht sonderlich säuerlich. Es ist durchgehend süß, würde ich sagen. Also es gibt ja so herzhaft süß und so. Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall ein Süßton. Schmeckt nach Fürsich. Schmeckt ein bisschen wie das Fürsich-Wasser, wenn man Dosenfrüchte hat. Das mag ich persönlich sehr gerne, aber halt nicht so intensiv natürlich. Das ist ziemlich lecker. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass meine letzte Portion, den ich länger hatte, dass die ein bisschen älter war zum Schluss hin, weil ich die halt sehr lange benutzt habe. Oder ob es vielleicht an der Sorte liegt oder ob sie mit der Zeit allgemein was verändert haben. Aber ich finde, die Löslichkeit von dem hier ist besser als von dem Hai, den ich hatte. Also bei dem Hai hatte ich, also das ist hier auch, dass sich klein nach einer Zeit so ein bisschen Pulver absetzt. Aber bei dem Hai hatte ich in diesem Pulver noch so ganz kleine Klümpchen, immer. So wirklich so minimal, so halber Millimeter Durchmesser. Und davon 3-4 gefühlt im ganzen Shaker. Aber das ist beim Trinken dann immer aufgefallen. Das habe ich bei dem hier gar nicht. Das ist auf jeden Fall ein positiver Aspekt. Und ich würde sagen, ich gehe eben einen fertig machen. Und dann probieren wir ihn hier nochmal vor Ort. So, ich gehe mal noch ein bisschen shaken. Braucht man eigentlich nichts, weil ich, wie gesagt, die Löslichkeit sehr gut finde. So, jetzt könnt ihr sehen, unten setzt sich jetzt nicht sofort was ab. Es ist wirklich eine sehr gute Löslichkeit. Jetzt kommen wir zum Geschmack. Teste ich hier nochmal vor der Cam. Er ist halt dominant süß. Aber ich mag das. So, der Hai war eher auch ein bisschen säuerlicher. Das war auch sehr angenehm. Aber ich mag dieses Süßliche. Besonders, wenn es eiskalt ist, richtig schön. Es erinnert jetzt nicht wirklich an Pfirsicheistee, würde ich sagen. Sondern hat eher so einen ganz eigenen Geschmack. Wenn es an einen Pfirsicheistee erinnern würde, dann aber am ehesten tatsächlich an einen selbstgemachten. Und nicht an einen gekauften, weil die gekauften, zum Beispiel der Aldi, den trinke ich ja sehr gerne. Der hat eher so einen intensiven, nicht so intensiven Geschmack, aber intensiveren Nachgeschmack. Dann der hier hat einen sehr intensiven Hauptgeschmack. Und der Nachgeschmack ist dann eher so flacht so langsam ab. Und die Wirkung, kann ich sagen, ist auf jeden Fall angenehm. Ich würde es jetzt nicht vorm Schlafen trinken. Also ich habe früher immer gesagt, 18 Uhr ist das letzte Mal. Aber es wirkt schon sehr stark tatsächlich. Und ich gehe mittlerweile 21 Uhr so ins Bett. Deswegen, ich würde empfehlen, so 6 bis 8 Stunden vorm Schlafen vielleicht nicht mehr trinken. Aber es ist auf jeden Fall sehr lecker. Sehr schöne Möglichkeit, Koffein aufzunehmen. Hat eine sehr lange Wirkung wirklich. Also ich würde 6 bis 8 Stunden empfehlen, aber wenn ihr dann schlafen gehen wollt. Aber wenn ihr trinkt, um vielleicht den Mittagsschlaf herauszuzögern, wirkt es auch. Ihr seid wirklich, ich würde sagen, so 12 Stunden schon, kann man sagen, seid ihr danach relativ fit. Und konzentriert auch einigermaßen. Also ich bin nie konzentriert so. Ich nehme an, Menschen, die Konzentration besitzen, sind dann sehr konzentriert. Also, ist ein sehr schönes Koffein-Getränk, ist ein schönes Erfrischungsgetränk. Trinkt dafür natürlich nicht zu viel. Aber von mir absolute Empfehlung. Ich werde euch auch in die Kommentare, in die Videobeschreibung meine ich, ein paar Rabattcodes hauen, die von verschiedenen Streamern sind. Guckt mal durch, ich kenne ein paar Streamer, die haben eine Holy-Kombination, vielleicht vielleicht noch ein paar andere, damit ihr eine größere Auswahl habt. Könnt ihr die supporten und ihr kriegt einen Rabatt. Bis dann! Guckt mal durch.